Ahlan, 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 Ahlan. Gebe zwei Schüsse in die Luft ab für mein Leid. Like blacker, blacker, keiner von euch. Kommt alle nach Venezia, Essen, Rüttenscheider. Wie heißt die Adresse? Rüttenscheider Straße ist das? Rüttenscheider Straße 52 in Essen, Pizzeria Venezia. Bester Laden, Stammgäste dort sind wir. Ich empfehle Gambas a la Casa vorweg. Nicht mit Tomaten so, sondern mit Öl. Gambas in Knast. Gambas in Knast. Knastgambas. Kommt vorbei auf bisschen Gambarjas. Bisschen Gambaretti esse Gambaretti. Gambaretti. Was hast du? Bring mal die Gambas sofort, bring mal Gambas. Bring mal die Gambarja. Hast du ein Soße dazu? Welche hast du? Friends, heute haben wir einige Releases am Start. Mach nicht auf seriös, weil wir wissen selber nicht, warum wir hier sind. Ja, die. Lass mich doch mal in meinem Leben so tun, als ob wir seriöse Leute sind wenigstens. Alles okay. Hallo liebe Freunde. Schon mal euren Namen? Walla, ihr habt Bernhard und Bianca gefickt. Walla, ich sag euch ehrlich. Kuss, Kuss. Mach einen Kuss. Mach das Thema nicht heiß. Wir machen das Thema nicht heiß. Einfach, die sollen nochmal draufklicken. Und wenn auch nicht Daumen hochgegeben hat, auch nochmal Daumen hochgeben für den Algo. Ihr wisst doch. Und den Highlight-Kanal direkt abonnieren. Lacher dabei. Ich glaube, es klopft. Guck mal. So. Es hat an der Tür geklopft. Da gucken wir doch mal, welche Halunke sich jetzt hier blicken lässt. Oh, 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 oh. PA-Unsportlich ist in der Haus. Wie geht's? Das geht. Walla, du siehst Schuhe nicht aus. Ich bin nur für diesen Couch bis hierhin gefahren. Walla, ich küsse deinen... Walla, kuss, kuss die Zimmer, Bruder, kuss. Lass einen Kuss hier für die Zimmer. Ist das dein Bruder? Komm, alles raus da. War das dein Bruder? Roosevelt. Wo denn? Nicht? Nee. Ja, aber was war denn da? 554. Wallah, ich hab keine Ahnung, was jetzt passiert ist. Aber Roos Army, ja, die haben uns, glaube ich, Roos hat gehostet. Der war live und hat uns rübergeschickt, seine Zuschauer. Küss sein Herz. Grüße an Roos. Du weißt, Tafnys Talk in the House. Lag unser Programm. Welches Programm? Welches Programm? Lag welches Programm? Lag wann hatten wir Programm? Wallah. Boah, was? Was ist das? Was ist dieser Hype-Stream? Alles wegen ein Screamshot. Erstmal vielen lieben Dank, dass unser QCPA am Start ist. Wir werden jetzt mal langsam reagieren. Hast du mitgekriegt? PIA, CindyC hat ein neues Video gemacht. Ich weiß nicht, ob wir alle dabei sind. Ich soll es nur um mich gehen, aber... Boah, zu dritt ein CindyC-Video gucken. Boah, zu dritt ein CindyC-Ding ist schon krass. Ganz ehrlich, ich habe das noch nie gesehen. Noch nie? Hast du geguckt? Bruder, ist das schon echt krass, Bruder. Ja, CindyC ist krass. Aber komm her, dann hör du. Hier, hör ich mit. Herr Walter? Ja, ich hör mit. Wo heißt du das? Hä? Wo heißt du das? Lag, wo da... Er hat Spezialgeräusche. Oh. Bist du der 6 Millionen Dollar Mann? Mit wem sitzt du hier? Hast du vergessen? Du bist Goldsevers, ja die. Hast du vergessen? Habt ihr vergessen, mit wem hier sitzt? Ja, nachher. Was bisher geschah. Der Malu kennt das noch nicht. Rinder! Rinder dir! Verdammt den Scheißer, Land! Komm! Du Hund! Komm! Fisch mit uns eigentlich! Der geht richtig in die Fresse! Ey, was ist das denn für ein Telefon? Dann gehen wir mal ins Fitnessstudio. Steig ein! Ich fick euch, Land! Aber es ist die Folge davor, ne? Soll das Prison Break Intro Musik mit Beatbox gemacht sein? Kurban, ja mach mal weg, ja. Das ist ein Nüsse, wie mir. Mach mal weg, ja. Aber das ist dieser Ausbruch, ne? Weil er ist krass. Ich hoffe, bist du am Schlafen? Ich hoffe, bist du am Schlafen? Ich versuche, halt deine Fresse. Halt die Schnauze langżyst. Ich will jetzt wissen, wer das gesungen hat. Der Junge hat morgens gesungen, mittags gesungen oder das hat uns nicht in Ruhe. Der hat uns gefickt, oder? Der hat uns gefickt, oder? Der hat uns gefickt, oder? Der nachtsisiere Jungen schlafen, der riecht auf einmal. Sag mal, halt deine Schnauze, Mann. sein mal, seint lang, ja, bitte, ja, sei leise, ja. Ich fand das Lied, dashis dugemacht hast, cringe. Komm Siej Everybody, das geht so, sag mal zu. Ja land, Se lemme', kansele de mabaag. Tschünke, kansele de maabaag, kannsele de mabaag. Tschüüüß. Kannst du denิr nirg... Der meint ernst. Aber das ist nicht der Ausbruch, Ding. Kennst du das nicht? Nein, nein. Lass mich hören, was du kannst. Das war Maschara Deluxe am Spieß, Bruder. Maschara am Spieß. Wer hat dir gesagt, dass du singen kannst? Tamam, ich habe verstanden. Lustig, lustig, tralalala, bald ist Nikolaus Abend da, bald ist Nikolaus Abend da. Aber das war krass. Das war krass. Pass mal auf jetzt. And if you wanna buy me flowers, just go ahead now. Yo, brother, you know where can I get a key? No, I know where you can't get a LP. You don't know what time it is, man. No, you don't know what time it is. You're messing up your mind. I'm your mama, I'm your daddy. Warte mal an. Das darf doch nicht wahr sein, das darf nicht wahr sein. Das kann ich doch jetzt nicht ernst machen, Janne meinte das jetzt gerade ernst. Guck mal. Ich rauch sowieso auch nicht, Bruder. Ich rauch sowieso auch nicht, Bruder. Oh, oh, der Beast Modus Bruder ist da, Digga. Der Shabab ist der Beast Modus Shabab. Ey, hast du schon mal auf die Fresse gekriegt? Wer sich mit uns anlegt, der geht richtig in die Fresse. Carsten Abi. Hure jetzt hier. Ich will nicht mehr hören. Carsten Stahlewitsch. Halt das Maul. Was ist denn mit Carsten los? Verdammt, das ist der Scheiße. Wer hat dich jetzt geschrieben? Marius, du hast von Carsten geschrieben. Oh mein Gott. Ah, ah. Ich will schnell raus. Ey, Bro. Wir kommen raus, mach dir keine Sorgen so, ne? Ich sag euch, wie die Sache läuft. Du musst ein Bild von deinen Eiern posten. Es ist doch logisch. Erzählt ihr das jetzt gerade durch, die Scheiße? Ihr kriegt Ausgangssperre. Haltet eure Augen auf. Lasst das Ding durchziehen. Ihr braucht Eier für diesen Job. Versteht ihr, was ich meine hab? Das ist nicht euer Ernst. Ich fick euch, Mann. Ich fick euch. Ich fick diesen ganzen Kanal jetzt. Habibi-Cousin. Nein! Schaut auf die Scheiße, Mann! Das hält schon, Janne. Du musst aufpassen. Ich bin der Batman in dem Schissen. Lack, mach nicht diese Batman-Themen auf. Hahahaha. Batman ist eine H*** geworden. Der trägt Glidschatten, dieser Kelln. Hast du gesehen? Mit schwarzen Augen hat er sich gewandt. Dieser geschminkte Hund. Welche Mascara hast du heute drauf, du Hund? Ey, spoilert man nicht mal. Der geht verbrechend auf der... Der geht verbrechend auf der... Der Verbrecher sagst du den... Hast du Mascara drauf? Oh Allah. Freunde, wir waren in Batman. Jani, macht euch selber ein eigenes Bild von dem Film. Batman hat den erwischt zuhause vom Spiegel. Der war gerade so... Der so... Hast du Mascara von deine Schwester genommen, du Hund? Freunde, guckt euch Batman selber an. Ich will nicht sagen. Boah, geht nicht da rein. Guck mal, ich bin bekennender Batman-Fan. Ich hab den ersten Batman-Film gesehen. Der war von 1979. Den hab ich... Batman hält die Welt in Atem. Batman... Der, der, der... Lass mal Niggazen weg. Ich hab zuhause alle Batman-Filme. 1979, der erste Batman-Film. Batman hält die Welt in Atem. Das ist an... An cringe nicht zu übertoppen. Aber wo ich ein Kind war, war das Max. Ja, ja, das war... Wenn du den heute guckst, würdest du denken... Ani, lass mich den holen. Ani, was? Walla, du siehst das, du denkst... Was habt ihr gemacht? Genau wie bei Hulk. Kennst du auch diese Hulk-Serie? Ja, ja, das war... Als Kind war das geil. Ja, ja. Wenn du guckst das, denkst du... Ich fink diesen grünen Hust... Du Hugen-Mensch... Du schlumpf! Was ist das, Hulk? Oder schlumpf, dieser Hund? Die so... Mach die Farbe weg, du Hund! Zieh dich mal richtig an, hier am Ende. Die so... Die so... Die so... Die so... Die so... Die so... Auf jeden Fall... Batman müsst ihr selber gucken, Freunde. Lass mal weitergucken. Walla, Masra, dann geht mich da rein. Es schwankt. Es schwankt. Der wackelt. Es küsst dein Herz. Küsst dich, ey. Mach, mach, ich bin mit dir. Was soll ich da machen, Alter? Springen oder springen nicht? Du musst das wissen. Wenn du über die Grenze gehst, dann bist du... Dann bist du selbst verantwortlich für das, was passiert dahinter. Das einfache... Mathematik, Bruder. Scheiß auf alle Spiegelzweck. Steff, Steff! Steff! Respekt an diesem Junge. Der hat da Eier. Man muss das sagen. Police! Freeze! Buh, Switch, Kalbun, Alter! Du Kalbun! Du Kalbun! Buh, Snitch. Ja, deren Pläne, was die hier machen. Walla, ich... Komm nicht von mir. Ich hab mit dieser Scheiß nichts zu tun. Halt! Bitte helfen Sie mir. Ich bin in Gefahr. Bitte helfen Sie mir. Buh, Motherfucking, Snitch. Ich kacke in dein Gesicht, die Erkenntnis. Ja, Manniak! Das ist UFC! Wallah, ich hab nichts gesagt. Alarm! 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 Wau, wau, wau! Wau, wau, wau! Wau, wau, wau! Was das, Land? Leck, was machst du? Manuel! Geh von seinen Eier runter, ja, du! Geh runter von seinen Eier! Du Spasti, geh mal weg! Geh von meinen Eier! Geh! Schon bin ich raus aus den Knack, Habibi. Habib, Kalbi, Wallah! Ja, Bruder, die Freiheit schmeckt immer, Bruder, denn? Ich fick euch, Land! Ich darf meinen Bruder fahrräglich enttäuschen. Wer ist das denn? Ich darf meinen Bruder fahrräglich enttäuschen. Du kommst in den Helikopter. Du wolltest noch einen Puff? Bruder, ich bin dabei. Nein. Kalos, wir sind Luft, Janne. Mein Fliege, Yamaniak! Ich schicke, warum denn? Verdammt, das ist der Scheiße! Geh mal dein Auto! Schnallt euch an! Aua! Verdammt, Land! Fahr, du wichser, ich knall dich ab! Halt die Fresse! La Quare hofft zu sprechen, Yamaniak! Halt das Maul! Warte auf den Dörfer, Mann! Geschwasswutcher! Ich hab die Schnauze voll! Lag... Lagvadorinsohn! Ritt! Ritt nicht viel! Mach zur Fahrt! Aber wo ist dein Zopf? Ritt nicht! Ritt nicht! Ritt nicht! Ritt nicht! Scheiß Almer! Sag mal zu, was was mit dir du spaßt! Bruder, wenn was gegen mich sagt, Bruder, ich schraub meine Mutter, in Deutschland stehen 5000 Kurden auf. Ja! Sag was gegen mich, 5000 Kurden stehen auf. Oh! Ey! Ich will ganz schön weiterreden! Ich will ganz schön weiterreden! Willst du mich jetzt verarschen oder was? Ich schwöre auf alles! Ich kenn diesen Beat! Aber Nachim, das ist mein Beat! Ich will einen Überfall machen mit diesem Auto! Doch, das ist lustig! Geil, oder? Ja! Der hat mehrere solche Roller! Man muss sagen, Respekt an Sinti Seed für diese Arbeitskrasse!